Der Tresor in Berlin zählt zu den bekanntesten Techno-Clubs der Welt. Seit der Eröffnung im Jahr 1991 zunächst in der Leipziger Straße 126 bis 128 in Berlin, von 2007 an im ehemaligen Heizkraftwerk Berlin-Mitte, haben im Tresor zahlreiche DJs aufgelegt und zum Teil ihre Karriere hier begonnen. Mit den Veranstaltungen und dem hauseigenen Plattenlabel Tresor Records hatte der Club Einfluss auf die Entwicklung der Techno-Szene in Deutschland und Europa. Geschichte Anfang 1991 entdeckte einer der Chefs des West-Berliner Asset House Clubs UFO zusammen mit einem Veranstalter der Techno-Ziet-Partys auf der Suche nach einer Location für einen Techno-Club den 1926 erbauten Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses. Nahe dem Leipziger Platz, der Tresor eröffnete drei Monate später im März 1991 als erster Techno-Club Berlins. Seine rustikale, dekorationsfreie Einrichtung im ehemaligen Tresor des Kaufhauses an der Leipziger Straße, mit hunderten von aufgebrochenen Schließfächern, sowie die harte, maschinelle Musik, fanden Anklang in Berlin. Der Tresor wurde international berühmt und zum Inbegriff eines typischen Techno-Clubs. Während der Love-Parade fand die Veranstaltung Tresor Park mit Sven Veth statt. Im September 1991 wurde das gleichnamige Plattenlabel Tresor Records von Dimitri Hegemann ins Leben gerufen. Die wichtigsten Resident-DJS waren unter anderem Tannit, Johnson, Rook, Roland 138, BPM, Terrible, DJ, CLE, Imidia, Prinz, Wolle, XDP, Dash 3, DJ, Crime, Wimpy, ZKY und DJ, Kardan. Der Tresor wurde zur Plattform für die internationale Techno-Bewegung. Besonders oft spielten die JS- und Laie-Acts aus Detroit wie Jeff Mills, Juan Atkins, Blake Baxter, Robert Hood, Kevin Saundersen, DJ Rolando und Kenny Laken im Tresor. Dadurch entwickelte sich im unteren Stockwerk dem eigentlichen Tresor, der typische Tresor-Sound mit sehr starken Einflüssen des Detroit-Techno. Auch andere internationale Acts trugen zum prägenden Sound bei. Hierzu gehörten insbesondere Christian Vogel, Joey Beltram, Neil Landstrom und Dave Tarida. Mitte der 1990er existierten die Pläne in Wehrleinen Tresor West aufzubauen, was jedoch seitens der Kommunalpolitik aufgrund von Bürgerprotesten verhindert wurde. Wiederholt stand der Tresor-Club vor der Schließung und es kursierten viele Gerüchte. Das Gelände in der Nähe des Potsdamer Platzes war zu DDR-Zeiten in Mauern näher geräumt worden. Wurde aber nach der Wende wieder für eine Bebauung attraktiv, so bekamen die Clubbetreiber von Anfang an nur sehr kurzfristige Verträge. Die letzte Party im alten Tresor fand am 16. April 2005 statt. Die Betreiber planten anfangs, den gesamten Tresorraum an eine andere Stelle verschieben zu lassen und dort wieder zu eröffnen. Diese Idee wurde jedoch nicht verwirklicht. Der Abriss des Tresors mit dem restlichen Gebäude des Wertheim-Kaufhauses erfolgte Ende Mai 2005. Auf dem Gelände entstand dann ein Bürogebäude. Ab Juli 2005 fanden Tresor-Partys unter dem Motto Tresor im Exil in den Räumlichkeiten der Maria am Ostbahnhof oder im SO36 statt. Am 25. Mai 2007 hat der Club seine neuen Räume im ehemaligen Heizkraftwerk Berlin-Mitte in der Köpenicker Straße geöffnet. Seitdem finden montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags Veranstaltungen statt. Ein Teil der originalen Schließfächer aus dem alten Wertheim-Kaufhaus wurde in die neuen Räume mitgenommen und in deren unteren Veranstaltungsraum eingebaut, wodurch die Erinnerung an den alten Club erhalten werden soll. Das Film-Porträt Joschka und Herr Fischer wurde teilweise in den Räumlichkeiten aufgenommen. Aufbau des Clubs Der Club hatte mehrere Räume. Im Erdgeschoss befand sich ein großer länglicher Floor, genannt Lobus. Dort wurde meist hausorientierte Musik gespielt. Die Lichtinstallation wirkte sehr warm und diskotypisch. Im Erdgeschoss befand sich auch die Aurora Bar, ein kleiner Raum mit eigener Bar. Es gab dort eigene DJs, die den Raum beschalten. Das untere Stockwerk erreichte man vom Globus aus über eine alte rustikale Treppe. Unten befand sich ein flacher Gewölbekeller, in dem sich ein langgezogener schmaler Raum mit einer langen Theke befand. In den Wänden auf beiden Seiten befanden sich noch die alten Schließfächer des Kaufhauses Wertheim. Von der Treppe aus nach rechts endete das Gewölbe im eigentlichen Tresorraum, der von der Bar durch eine Stahlgittertür abgetrennt war. Der Musikstil hier war ein völlig eigener mit sehr starken Einflüssen aus dem Detroit Techno. Oft fanden dort auch Gabberveranstaltungen statt. Die Lichtinstallation hier war minimal und düster wirkend. Es gab nur Stroboskope und ein Blaulicht. Dazu wurde viel Nebel eingesetzt. Entgegengesetzt vom Tresorraum endete die Bar an einer weiteren Treppe, die nach draußen führte. Dort befand sich der Thunagarden, ein kleiner Garten mit viel Bepflanzung, Bäumen und Sitzmöglichkeiten. Der Bereich war beleuchtet und bot im Sommer Platz für eine Chill-out-Zone oder einen weiteren Ort für Musik von DJS oder Laiex. Den Thunagarden erreichte man auch aus dem Erdgeschoss. Im Winter waren der Garten und die Treppe geschlossen. Mitte 2001 wurde der Globus vergrößert und umgebaut. Es wurden auch Video-Installationen hinzugefügt. Bekannte Dekorationen waren u.a. die riesige Plasmalampe im Eingang des Globus, die alten kerkerartigen Gittertüren und aufgebrochenen Schließfächer unten im Tresorraum sowie die Holzbühne im Globus, worauf entweder Laiex spielten oder getanzt wurde, Medien. Im Jahr 2004 erschien von Mike Andravis die Dokumentation The World in the Electronic Frontier über die Geschichte des Tresors. Die Premiere fand am 16. April 2005 während des Filmfestivals Achtung Berlin statt. Ebenfalls im Rahmen dieses Filmfestivals wurde am 17. April 2009 die Dokumentation Sub-Berlin Underground United im Kino Babylon Uhr aufgeführt. Die Dokumentation wurde auf dem Portobello Filmfestival in London nach der Welturaufführung als bester Musikfilm ausgezeichnet. Der Film von Tillmann Künzel erzählt sowohl die Geschichte des Tresors als auch den Übergang des Technos aus dem Underground in die Öffentlichkeit. Gezeigt werden Originalaufnahmen aus dem Club sowie Interviews mit DJS, dem Team um Dimitri Hegemann sowie Patrick Reich, dem Geschäftsführer des Unternehmens, das das Gelände zur Errichtung eines Bürogebäudes erwarb. In dem Dokumentarfilm und gleichnamigen Buch »Wir werden immer weiter gehen« von George Lind wird die Geschichte des Tresors und der Lebensweg des Kulturmanagers und Gründers Dimitri Hegemann erzählt. Im Buch zum Dokumentarfilm finden sich bisher unveröffentlichte Fotos aus den Gründungszeit des Clubs sowie den diversen Vorläufern. Im Internet findet man zudem auf diversen Videoplattformen und Inforen viele mitgeschnittene Videos und DJZs in MP3-Form. Darunter eine Reportage von einem japanischen TV-Sender über die Schließung im Jahr 2005. 2015 wurde der Tresor neben dem Bergrhein und dem Watergate als einer von drei Berliner Clubs in der weltweiten DJ-Magazine Top 100 aufgeführt und landete auf Platz 87. Mitgliedschaften Tresor Berlin ist Mitglied des Kooperationsnetzwerkes der Berliner Musikwirtschaft Berlin Music Commission.